In dieser Lektion zeige ich Ihnen ein weiteres Beispiel mit der Keyframe-Animation. Und zwar lade ich eine Grafik, also zum Beispiel ein Foto von einer digitalen Fotokamera, auf die Timeline und animiere diese mittels der Keyframe-Animation. Öffnen Sie dazu wieder die Video-Toolbox und dann die Video-Effekte. Wählen Sie dann aus der Studio Ultimate RTFX den Effekt 2D-Editor erweitert und klicken auf OK. Nun sehen Sie, dass das Bild etwas gedreht ist und oben rechts als Bild im Bild angezeigt ist. Das möchten wir aber nicht so haben und Sie klicken dann einfach auf Zurücksetzen. Was ich nun machen möchte ist, ich möchte das Foto etwas vergrössern und mit der Kamera oder mit dem Bild eine Fahrt über dieses Foto machen, so dass es aussieht, als würde sich dieses Schiff zum Beispiel von links nach rechts bewegen. Und zwar benötigen wir dazu wieder die Keyframes und ich aktiviere Keyframes anwenden. Jetzt haben Sie wieder diese zwei Positionen, also der erste Keyframe und der zweite Keyframe und an der Position des ersten Keyframes möchte ich zum Beispiel das Bild vergrössern. Dazu ziehe ich an den G-Beregeln horizontal, zum Beispiel auf 200 und vertikal natürlich auch auf 200, damit die Proportionen beibehalten werden. Jetzt kann ich zum Beispiel die Grafik etwas nach links schieben, so dass auf der rechten Seite gerade der schwarze Rand nicht zu sehen ist. So möchte ich zum Beispiel die Grafik starten lassen. Ich springe dann zum zweiten Keyframe und an dieser Stelle könnte ich zum Beispiel Grösse 150 eingeben und hier vielleicht auch 150 und das Schiff dann etwas nach rechts fahren lassen, so dass der linke Rand gerade nicht mehr zu sehen ist. Das bedeutet nun, dass das Schiff sich von dieser Position über den Film so verändert, dass es etwas nach rechts fährt und zugleich etwas weggesumt wird. So sieht das dann später aus. Ich schliesse die Video-Effekte und warte kurz, bis dieser Film gerendert ist. Das dauert wenige Sekunden und kann dann die Grafik abspielen. Da es sich hierbei um ein Foto handelt, ist es natürlich klar, dass sich das Meer oder die See nicht bewegt. Es handelt sich hier ja um ein Standbild, aber Sie können so eine Grafik animieren, wie wenn das mit einer Videokamera gefilmt ist und ein kleiner Schwenk oder Zoom über diese Grafik gibt. Natürlich können Sie x-beliebig viele solche Keyframes anwenden. Ich gehe nochmals zu den Effekten und nehme noch einmal diesen 2D-Editor erweitert und wähle zuerst zurücksetzen. Sie können wiederum Keyframes anwenden. Jetzt können Sie zum Beispiel sagen, dass die Kamera zuerst auf diese Blüte zoomen soll und dann einen Schwenk zum Beispiel zur Seite machen soll. Also das bedeutet, wir beginnen zum Beispiel so, dass die Grafik etwas vergrössert wird, zum Beispiel 115 und vertikal auch 115, so dass die Proportionen beibehalten werden. Jetzt sind die schwarzen Ränder verschwunden. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, dass an dieser Stelle möchte ich gern auf die Mitte der Blüte zoomen. sage ich zum Beispiel, ich möchte auf 200%. Hier auch 200. Und an dieser Stelle soll es dann etwas weiter laufen. Also das heisst, diese Einstellungen möchte ich beibehalten. Bis zum Beispiel zu dieser Position. Ich gebe dann einfach horizontal und vertikal die gleichen Werte ein wie bei Keyframe Nummer 2. und ich möchte nun, dass der Zoom-Bereich gleich bleibt, aber die Blume dann nach links wegfährt. Also ein Kameraschwenken nach rechts geschieht. Das heisst, ich springe zum Beispiel zum Keyframe Nummer 4 und stelle auch hier 200% ein und verschiebe nun diese Blume horizontal etwas auf die Seite, so dass der schwarze Rand gerade nicht zu sehen ist. So, was haben wir gemacht? Ich fahre einmal langsam über dieses Foto. Das heisst, wir zoomen zuerst auf das Innere der Blüte, belassen dann die Einstellung für wenige Sekunden und lassen dann das Bild nach links wegschwenken. Ich schliesse die Video-Effekte und lasse den Effekt kurz rendern. Das sehen Sie hier am Fortschritt. Balken. So, jetzt ist er gerendert. Ich spiele den Film nun ab und Sie sehen einen Zoom auf die Blüte, bleibt kurz stehen und fährt dann nach links weg. Natürlich können Sie die Blume auch komplett aus dem Bild verschwinden lassen, achten Sie dann einfach darauf, dass der schwarze Rand zu sehen ist. Wenn Ihnen die Animation zu schnell war und Sie diese etwas langsamer darstellen möchten, dann können Sie einfach die Grafik etwas verlängern und entsprechend wird dann die Bewegung langsamer dargestellt. Etwas langsamer dargestellt, bleibt kurz stehen und fährt dann auf die Seite. Natürlich können Sie diesen Effekt auch auf einen Video-Clip anwenden. Also es kommt nicht darauf an, ob es sich um ein Bild, Standbild oder eine Video-Sequenz handelt. Ich nehme einmal kurz diese Video-Sequenz und kopiere nun diesen Effekt von dieser Blume auf diese Fische, sodass ich die ganze Bewegung nicht noch einmal machen muss. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Und zwar kann ich das so machen, dass ich mit der rechten Maustaste auf diesen Clip klicke und wähle dann alle Effekte kopieren. Klicke dann auf diesen Clip und dann mit der rechten Maustaste und sage 2. Editor erweitert Effekt einfügen und spiele einmal diesen Video-Clip dann ab, um zu sehen, wie das Resultat ausschaut. So, wir zoomen in die Mitte des Bildes. Das Bild bleibt kurz stehen und verschwindet dann nach links. Vielleicht haben Sie jetzt nicht recht gesehen, was passiert, weil sich das Bild eben selber auch noch bewegt. Also der Inhalt des Bildes bewegt sich und auch die Kamera. Darum ist eine solche Kamerafahrt auf einem Video-Clip nicht immer gleich sichtbar oder gleich logisch zu sehen, wie bei einem Bild. Ich kann Ihnen aber schnell zeigen, wir haben hier genau die gleichen Keyframes, so wie wir diese bei der Blume erstellt haben. Und Sie sehen an den Parametern auch, dass hier auf das Bild hineingezoomt wird. Da bleiben die Einstellungen und an dieser Position wird das Bild nach links verschoben. In diesem Fall haben wir genau diesem Fisch die Kamerafahrt gefolgt. Wir könnten das nun noch etwas anpassen, dass dieser immer in der Mitte des Bildes ist. Also es kommt nicht darauf an, ob Sie diese Animation auf einen Video-Clip oder auf ein Foto anwenden. Natürlich können Sie solche Animationen auch auf Titel anwenden und ich erstelle einmal einen Standard-Titel, der sich selber nicht bewegt. Gebe hier einen Text ein. zum Beispiel ein Titelbeispiel mit Keyframes. Ich positioniere diesen Titel in die Mitte und sage OK. Und könnte nun eine Animation, eine Logo-Animation oder irgendetwas machen. Und zwar gehe ich wieder in die Video-Effekte-Bibliothek. Den folgenden Effekt, den ich jetzt kurz zeige, ist in der Red Giant Trapcode Particular-Bibliothek enthalten. Diese Bibliothek ist lediglich in der Pinnacle Studio HD Ultimate Collection enthalten. Ich wähle den Effekt Particular und wie Sie sehen, in den Voreinstellungen gibt es diverse Voreinstellungen. SD bedeutet, dass sich die Auflösung auf ein Standard-Definition-Video eignet und wenn HD steht, wäre das dann für High-Definition-Video. Wenn Sie etwas weiter nach unten fahren, dann sehen Sie, dass hier die Keyframe-Einstellungen kommen. Also die oben, die sind nicht bewegt, also nicht mit Keyframes bewegt und die unteren sind dann mit Keyframes zusätzlich noch animiert. Und ich wähle zum Beispiel hier Wisch-Effekt blaue Blasen aus und wie Sie sehen, gibt es hier einen Keyframe zur Position 1 und zur Position 2 und so wie die Vorlage nun definiert ist, werden solche Partikel durchs Bild fliegen und ergeben uns dann einen interessanten Effekt, zum Beispiel für einen Titel. Ich lasse das kurz rendern und zeige Ihnen dann, wie das Resultat aussieht und danach schauen wir uns kurz an, welche Parameter sich während der Dauer oder während der Anzeige des Clips verändern. Ich spiele den Clip einmal ab. So sieht das dann aus. So ein kleiner Wisch-Effekt vor dem Text. Ich kann auch auf dieses Symbol doppelklicken, um direkt wieder in die Video-Effekte zu gelangen und wenn ich jetzt nun mit der Maus langsam über diesen Clip scrubbe, sehen Sie, dass sich zum Beispiel diese Position XY verändert. Das bedeutet, während der Anzeige werden diese Partikel durch das Bild wandern. und das ist genau geschehen mit den Keyframes. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass an dieser Stelle die Geschwindigkeit sich erhöhen soll und dann wieder langsamer wird. Das ergibt mir dann einen weiteren Keyframe. Sie können also eine bestehende Animation, die Sie aus den Voreinstellungen gewählt haben, x-beliebig anpassen und das würde dann so aussehen. Wenn Ihnen der Effekt nicht gefällt, können Sie unter Voreinstellungen jederzeit einen anderen auswählen und dann sehen, wie das ausschaut und wieder die einzelnen Parameter entsprechend anpassen. ganz wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020